Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich bin momentan sehr weit weg von zu Hause, hier bei Kollegen Moody, was geht ab? Die ein oder anderen müssten ihn wahrscheinlich von meinen Videos kennen und Kevin ist auch noch hier, Kevin Digi, was geht ab? Kevin Q, was geht ab? Ich mach mal hier so mit Ellbogen, weil Arm nicht geht. Ja Leute, wir machen gerade hier übelste Session, es kommt bald was richtig geiles auf euch zu, ein Song, sag ich mal. Und guckt euch mal an, Leute, wie es hier aussieht, weil wir hier seit Tagen pennen. Gönnt euch das mal. Tag lang anpassen wir nicht. Pizza! Ja Leute, deswegen wundert euch nicht, wie es hier gerade aussieht, weil es aussieht, wie es aussieht. Was habe ich da gerade? Ich zeige euch mal einen kleinen Part von einem Song, Leute. Kleines bisschen von unserem Song, kleines bisschen, nur ein bisschen, nur ein bisschen, Bruder. Begnet sich auf jeden Fall mein Rap. In ihrem Kopf dreht sich alles um Heratsch. Alles um Heratsch. Alles um Heratsch. Ja Leute, freut euch auf den Song, der ist noch nicht fertig, Freunde. Wir sind hier am Tun, Machen und Machen und Tun. Schade, dass Max gerade hier nicht dabei ist, Leute. Ihr werdet ihn auch noch kennenlernen. Wir haben uns gedacht, machen wir ein Beat-to-Beat. Ich gegen Moody, Leute. Auf seinem Kanal wird ein zweiter Teil sein. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Für die, die nicht wissen, was Beat-to-Beat ist, Leute, wir machen eine Challenge. Ich muss meinen 100.000-Abo-Special-Song singen. Kevin wird die ganze Zeit einen anderen Beat-up spielen, aber wir müssen unseren Song weiter singen, rappen, was auch immer. Und wir müssen den Flow beibehalten. Das Wichtigste ist, den Flow beibehalten, obwohl wir das Bein nicht hinbekommen werden. So, ich würde sagen, legen wir direkt los. Bist du ready, Herr Ratsch? So, Leute, ich bin ready. Mic check one, two, one, two. Mic check one, two, one, two. Papa, give me peace. Do you remember, Leute? Fuck, der Klintakt. 2016 Die Zahlen stiegen extrem 100.000 Abonnenten, keiner kann sie wegnehmen Mann, es geht nur bergauf Und ich bergab, weil ich immer mehr brauch Und die Sache gern mach Zweimal in der Woche Beste Unterhaltung 100.000 Sie schreien es überall rum Sie haben nicht geglaubt Dass ich es schaffen kann Doch es sah doch richtig laut Ich fange jetzt gerade an Egal ob Rap oder Challenges Ich liebe und sie kennen es Fuck, Digga, es war echt No, Digga Ich fange jetzt erst richtig an So, hört mal zu Leute Part 2 Bruder, den Part 2 brauchst du ganz anzufangen Du bist da sowieso nicht im Takt Äh? Part 2 musst du nicht anfangen Du bist da sowieso nicht im Takt Bleib beim ersten Erste Part 2 Ich fange jetzt mal an Fuck, fuck, fuck Und dann bist du dran, oder? Auf einem letzten Beat, auf einem, auf einem, hat er gerade gesagt. 2016, Zahnstieg, extrem, 100.000 Abonnent, keiner kann's die Welt nehmen. Mann, es geht nur Bergkauf und nicht Bergkauf, weil ich immer mehr brauch. Und ich scheiße gern mal, zweimal in der Woche, beste Unterhaltung. 100.000, sie schreien's überall und keiner hat geglaubt, Mann, dass ich es schaffen kann. Heute steh ich hier und habe 500.000, Mann! Ey, wie geht überhaupt mein Text nochmal? Ja, Leute, das war mein Part. Ich weiß, es war nicht so perfekt. Wenn ihr Bock auf den zweiten Teil habt, Leute, schreibt es unten in den Kommentaren rein. Spreng den Like-Button. Und jetzt, Leute, geht alle rüber auf Moody, seinen Kanal. Da geht es jetzt weiter mit den zweiten Part, Freunde. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Peace out. Fuck, ich kann kein Peace machen.